Interiordesign Trends 2020. Hier sehen wir einen Vorhangstoff von Christian Fischbacher. Antib, mittelgrau und weiss. Der trendige Tagesvorhang besteht aus 100% Trevira CS, einem schwer entflammbaren Polyester. Antib ist halbtransparent. Die Haptik ist griffig und weich. Der Tagesvorhang kann bei 30 Grad im Schonwaschgang gewaschen werden. Der trendige Vorhang fällt schön weich in die Falten. Im Fall von Antib haben wir uns entschieden, Ihnen beide Farbstellungen zu zeigen. Mittelgrau und weiss. Der einfarbene Vorhangstoff wird mit einem Muster bedruckt. Die sieht man hier gut. Beim weissen sieht man das nicht. Daraufhin werden die Löcher ausgestanzt, um nachträglich bestickt zu werden. Dies ergibt ein Resultat von Modernität und Tradition. Insbesondere die mittelgraue Farbstellung finde ich persönlich sehr innovativ. Aber auch der weisse Vorhang hat seinen Charme. Da Antib schwer entflammbar ist, ist er auch für den öffentlichen Bereich sehr gut einsetzbar. So wie zum Beispiel in Restaurant oder Hotel. Die schwer entflammbar ist allerdings keine Exklusivität für den öffentlichen Bereich. Auch im privaten Bereich kann man Vorhänge, die schwer entflammbar sind, ausgezeichnet einsetzen. In diesen zwei Videos zeigen wir Ihnen noch andere Tagesvorhänge, die schwer entflammbar sind. Die können Sie im öffentlichen sowie im privaten Bereich einsetzen. Energieversuch. Gericht und Tradition.